Herzlich willkommen zum nächsten Video aus der Reihe Arduino-Programmierung mit dem Smartphone. Das Smartphone ist ja mittlerweile eigentlich nur noch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Wir konzentrieren uns ja immer stärker auf die LED-Matrix, aber ich denke, es passt auch ganz gut zusammen. Ein sehr kleines, leistungsfähiges oder beeindruckendes Ausgabesystem und halt dann auch das Smartphone, das auch irgendwie finde ich schon ganz spannend ist, dass man damit den Arduino programmieren kann. Und wir haben ja hier jetzt das Setup vom letzten Video, also dass wir jetzt hier entsprechend auch zwei Diagonalen programmiert haben, in denen dann die LEDs entsprechend rot leuchten. Ich hatte auch schon angekündigt, wir wollen uns in dem Video jetzt ein bisschen mehr mit der Theorie beschäftigen, also wie steuert tatsächlich der Arduino diese LED-Matrix an. Ich habe hier 64 LEDs, das Ganze wird aber nur über eine einzige Steuerleitung durchgeführt. Der Arduino hat ja hier drei Verbindungen mit der Matrix, plus 5 Volt Ground, die brauche ich halt um überhaupt Energie, das heißt Strom auf die Matrix zu bekommen und dann eine einzige Steuerleitung, mit der jetzt diese 64 LEDs angesprochen werden können. Und ich kann theoretisch auch noch mehrere von diesen LED-Matrizen, Matrizen, ja, ich glaube, das ist dann der richtige Plural, hintereinander schalten und dann kann ich auch viel mehr LEDs entsprechend ansteuern. Und wie das funktioniert und warum das auch so einfach geht, das möchte ich mit Ihnen heute kurz besprechen. Das macht auch Sinn oder kann auch ganz hilfreich sein, wenn wir uns dann mit intensiver noch oder mit konkreten Problemen beschäftigen und wir uns um die Zeitauflösung, wie schnell kann ich so eine Matrix darstellen und ähnliches beschäftigen, dann ist es ganz hilfreich, das zu wissen. Wenn Ihnen das zu theoretisch wird, dann ist das Video eigentlich auch nicht unbedingt zwingend notwendig für die weitere Programmierung. Es ist eher so eine Art Add-on. Aber wollen wir jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren und wollen mal in die konkreten Inhalte gehen und wir sehen hier nochmal an der Präsentation, wir haben halt ja hier unsere D-Inleitung und über die findet die ganze Adressierung statt. Und um das Ganze zu verstehen, um überhaupt Ansteuerungen, digitale Ansteuerungen zu verstehen, will ich nochmal ganz kurz einen Schwenk machen, weil ich denke, das ist möglicherweise auch nicht bei allen so ganz präsent. Wie sieht überhaupt dieses binäre Zahlensystem aus? Wieso kann ich im Endeffekt mit nur einem 0 Volt und einem 5 Volt Pegel oder einem 0 Volt und 3,3 Volt Pegel, wie kann ich damit diese ganzen Adressierungen und Werte einstellen? Das hat man sicherlich alles schon mal irgendwann gehört, aber vielleicht wollen wir es nochmal ganz kurz wiederholen. Wir wollen es mal ganz kurz mit den Zahlensystemen nochmal wiederholen und was ist das duale Zahlensystem, hinter der die ganze Digitaltechnik steckt und ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob ich das vielleicht doch eher händisch auf dem Tablet machen sollte, aber jetzt haben wir es hier mal ganz kurz oder beziehungsweise ich schalte es doch glaube ich mal um. Das finde ich dann doch ein bisschen intuitiver. Also fangen wir mal an und das ist vielleicht auch gar nicht oder das ist irgendwie immer ein bisschen merkwürdig, wenn man sich mit so normalen oder so Dingen beschäftigt, die eigentlich für uns gar ungebe sind. Also das Dezimalsystem, das Zehnersystem ist ja für uns praktisch alltäglich. Wir können gar nicht anders denken. Was man aber jetzt nochmal überlegen muss ist, wie sieht denn so eine Zahl aus? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal die Zahl 234 uns überlegen. Dann besteht sie ja letztendlich aus drei Stellen, die jeweils durch eine Ziffer repräsentiert werden und jede Ziffer, das wissen wir auch, kann im Dezimalsystem, im Zehnersystem halt zehn Werte annehmen oder zehn Zustände annehmen und die kennen wir auch. Das ist ja praktisch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, wir können also hier neun oder respektive zehn Zustände durchnummerieren und wenn wir jetzt den nächsten Zustand haben, ja ich sag mal die zehn, dann kommen wir mit einer Ziffer nicht mehr aus, dann brauchen wir die nächste Ziffer. Das heißt, dann schreiben wir halt hier jetzt 1, 0 hin. Das heißt, bis hierhin sind wir immer mit einer Ziffer ausgekommen. Jetzt brauchen wir eine zweite. Das ist dann unser Übertrag, den wir beim Zehnersystem haben. Also das ist jetzt erstmal, glaube ich, vollkommen logisch und klar und dann geht es halt weiter mit 11. Denn was passiert jetzt? Jetzt halte ich die erste Ziffer mit der 1 fest und jetzt zähle ich wieder meine zehn Werte hoch, bis ich dann hier bei der 19 angekommen bin und dann gehe ich in der vorderen Ziffer ein hoch und fange wieder in der zweiten Stelle wieder an durchzuzählen und das kann ich so lange machen, bis ich halt die 99 erreicht habe und dann habe ich meinen Ziffern-Repertoire wieder ausgeschöpft und muss jetzt eine dritte Stelle einführen und dann springe ich halt um auf die 100. Und wenn man das Ganze jetzt sich nochmal so anschaut, dann kann man halt sagen, unsere 234 ist halt nichts anderes als in dem Falle 2 mal 100 plus 3 mal 10 plus 4 mal 1. Und das kann ich jetzt wiederum umschreiben und dann kriegen wir eine Systematik rein. Das ist gerade 2 mal 10 hoch 2 plus 3 mal 10 hoch 1 plus 4 mal 10 hoch 0, denn jede Zahl hoch 0 ist ja letztendlich 1. Das heißt, wir können also hier das Ganze dann sozusagen auf unsere 10er Potenzen dann entsprechend auch aufteilen und sehen halt, ja, die erste Stelle, das kann ich jetzt, muss ich jetzt hier so zeigen, die erste Stelle ist halt dann die 10 hoch 0, die zweite Stelle ist die 10 hoch 1, die dritte Stelle ist die 10 hoch 2 und kommt jetzt die nächste Stelle, das ist dann die Tausenderstelle praktisch, das wäre die 10 hoch 3 und so weiter. Das ist jetzt sicherlich für uns alles klar und logisch. Jetzt kommt aber der Punkt, dass wir ein Zahlensystem jetzt haben, das duale Zahlensystem oder das Dualsystem. Da haben wir nur, wie der Name es schon sagt, nur zwei Ziffern zur Verfügung, nämlich die Ziffern 0 und 1. Und wenn ich jetzt ein weiteres Element habe, wenn ich also zum Beispiel zwei Stücke auf dem Tisch abzählen möchte, dann fehlt mir, dann kann ich sozusagen das nicht mehr mit einer Ziffer darstellen, denn ich kann nur 0, nichts auf dem Tisch und 1, ein Teil auf dem Tisch liegend abzählen. Wenn ich jetzt ein weiteres Teil hinbekomme, dann gehen mir da die Ziffern aus und ich muss schon den ersten Übertrag machen. Das heißt, die nächste Zahl ist hier die 10. Das ist jetzt ein Äquivalent für zwei Elemente. Jetzt habe ich wieder die zweite Ziffer frei, jetzt kann ich ein weiteres Element zählen und dann muss das halt einen hoch springen. Das heißt, die Zahl 11 zählt jetzt ab für drei Elemente. Wenn ich jetzt ein viertes Element auf den Tisch lege und möchte zählen, dann habe ich wieder keine Ziffern. Das heißt, ich muss jetzt den nächsten Übertrag machen und muss also jetzt hier die 100 hinschreiben. Das entspricht praktisch vier Sachen. Und wenn ich jetzt wieder eins dazu komme, dann fange ich wieder an der niederwertigsten Ziffer an hochzuzählen. Dann kommt die 0, 1, 0. Dann kommt die nächste Zahl. Dann kommt die 1, 1, 0. Und dann kommt die 1, 1, 1. Das können wir mal kurz durchzählen. Also das ist die 1, 2, 3. Das hier wäre die 4. Das sind fünf Sachen, die ich durchzähle. Das sind sechs Sachen. Das sind sieben Sachen. Und wenn ich jetzt ein achtes Element abzählen möchte, brauche ich die nächste Ziffer. Das heißt, dann habe ich hier die 1, 0, 0 stehen. Ich brauche also eine weitere Ziffer. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick halt erstmal etwas mysteriös. Aber so ist es. Hätten wir vielleicht nur einen Finger, dann würden wir auch so zählen. Nämlich nichts liegt auf dem Tisch. Ein Teil liegt auf dem Tisch. Jetzt muss ich mal einen merken. Der andere ist wieder 0. Jetzt habe ich 3. Und dann gehen uns die Hände aus. So können wir das Ganze machen. Jetzt können wir das aber auch entsprechend so hinschreiben, wie wir es gerade von dem Zehnersystem gelernt haben. Also wenn ich jetzt die Zahl 1, 0, 0 mir mal angucke, dann ist das halt letztendlich hier. Ich fange wieder an bei 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Das sieht man jetzt schon nicht mehr. Ich stehe hier ein bisschen meinem eigenen Bild im Weg. Also ich mache es hier vielleicht nochmal doch direkt darunter. Also die letzte Ziffer ist immer die 2 hoch 0. Dann kommt die 2 hoch 1, die 2 hoch 2, die 2 hoch 3. Und jetzt muss ich hier meine Ziffern einsetzen. Also wenn ich wissen will, die Zahl 1, 0, 0, 0, was ist das? Dann muss ich also hier schreiben, 1 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0. Das wäre jetzt die Repräsentanz der 1, 0, 0 und dann sehe ich halt hier einmal 2 hoch 3 ist dann die entsprechende 8. Also so kann ich mir jetzt auch jede Zahl basteln. Ich muss halt nur sehen, dass ich halt hier jetzt einen anderen Übertrag habe. Das Schöne ist aber, das ist ein Zahlensystem, das kann einen Computer praktisch darstellen. Er kann halt, oder was wir mit elektronischen Schaltungen machen können, er kann halt einen Zustand haben 0 Volt und einen Zustand 5 Volt. Und die 5 ist die 1, die 0 ist dann 0 Volt und so kann ich jetzt mit verschiedenen parallelen Leitungen entsprechende Zahlen darstellen. Also hier, wenn ich jetzt entsprechend 1, 2, 3, 4 Leitungen habe, dann kann ich letztendlich, wenn ich das mal austeile, alle sind dann 1, dann kann ich hier einmal 2 hoch 3 plus einmal 2 hoch 2 plus einmal 2 hoch 1 plus einmal 2 hoch 0 rechnen. Das ist also einmal 8 plus einmal 4 plus einmal 2 plus einmal 1 und das ist dann gerade 15. Das heißt also, mit einer entsprechenden 4er Leitung kann ich jetzt 15 verschiedene Zustände kodieren. So, das ist vielleicht ein bisschen unordentlich. Ich habe es auch gleich nochmal auf meinem Zahlensystem, vielleicht kann ich jetzt auch mal wieder umschalten. Dann haben wir das vielleicht doch ein bisschen besser verstanden. Also hier habe ich nochmal das Ganze aufgeschrieben, was wir gerade hatten. Unseren Übertrag immer dann, da steht es dann auch, wenn ein 10er-Päckchen voll ist. Und ich kann es dann hier auf meine 10 hoch 0, 10 hoch 1, 10 hoch 2 und so verteilen. Wenn wir jetzt auf das duale Zahlensystem gehen, ja, das habe ich auch gezeigt. Ich habe 0, 1, dann muss ich einen Übertrag machen. 1, 0, 1, 1, dann muss ich einen Übertrag machen. 1, 0, 0 und so weiter, das haben wir gesehen. Und wir können das dann hier halt auch auf unsere entsprechenden Zweierpotenzen verteilen. Und was dann halt auch wichtig ist, sind dann halt so Gruppierungen von einzelnen Bits. Also ein Bit ist dann so eine Stelle, eine Ziffer, die 0 und 1 annehmen kann. Und was wir vielleicht auch schon gesehen haben, die typische Breite, die so eine Zahlendarstellung hat, ist dann zum Beispiel 8 Bit. Und das sind dann 1 Byte. Also auch da bei der Länge der Ziffern ist in der Computertechnik, sind solche Zweierpotenzen auch üblich. Früher, oder man hatte früher, fing man mal irgendwann an mit 4 Bit als einem kleinsten Einlass, haben wir gerade gesehen. Damit kann man die Zustände 0 bis 15 kodieren. Und dann ist in der nächsten Stufe, ist man dann halt drauf gegangen, dass man halt immer dann Zahlenbreiten hatte von 8 Bit. Und wenn man sich das 8 Bit mal anguckt, dann, ich nehme auch hier die Maus, dann ist die größte Zahl, die ich darstellen kann, halt die Zahl, in der an jeder Ziffer jetzt eine 1 steht. Das sind entsprechend dann halt 8 Einsen. Und wenn ich das dann aufschlüssel, wie man es hier dann sieht, als einmal 2 hoch 7, plus einmal 2 hoch 6, plus einmal 2 hoch 5, plus 2 hoch 4, plus 2 hoch 3, plus 2 hoch 2, plus 2 hoch 1, plus 2 hoch 0, ist dann 255. Denn das ist genau die Zweierreihe, die ich dann hier habe. Da kann man in die andere Richtung gehen. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Und das ist immer der Punkt, immer wenn es ein Bit mehr kommt, verdoppelt sich mein Zahlenbereich. Hätte ich jetzt hier 9 Bit, dann habe ich hier vorne nochmal einmal 256 stehen. Und damit kann ich dann halt die Ziffern von 0 bis 511 kodieren, damit wir da halt einfach nochmal so ein gewisses Gefühl haben. Aber typischerweise im Computerbereich ist dann ein Byte halt auch entsprechend interessant und eine Einheit. Und damit kann ich halt von 0 bis 255 kodieren. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum Sie dann auch vielleicht sich schon mal gewundert haben bei den LEDs. Da kann ich ja jetzt jeden Farbkanal, jede LED in ihrer Helligkeit regulieren über ein Byte. Und kann damit die Helligkeit zwischen 0 und 255 einstellen. Also wie gesagt, wenn man sich immer wundert, woher kommt diese komische Zahl 255? Das ist halt der Maximalwert, den ich mit einem Byte darstellen kann. Und tatsächlich ist es auch so, dass unser Auge typischerweise 250 Helligkeitsstufen noch gerade so unterscheiden kann. Also eine LED noch stärker zu unterteilen in 512 Farb- oder Helligkeitsstufen, wie es da mit 9 Bit möglich wäre, ist eigentlich nicht mehr unbedingt sinnvoll. Also so kommen wir hier entsprechend auf jetzt diese Darstellung, dass wir diese einzelnen LEDs der Farb-LED dann mit jeweils 8 Bit ansteuern, mit jeweils einem Byte ansteuern. Und hier habe ich jetzt mal irgendwelche Zahlen eingetragen. Also diese Ziffernfolge bei Rot würde halt Dezimal der 106 entsprechen. Diese Ziffernfolge bei Grün würde Dezimal der 214 entsprechen. Und diese Ziffernfolge bei Blau würde Dezimal der 10 entsprechen. Und diese Informationsblöcke, die müssen wir jetzt den richtigen LEDs praktisch rüberschieben und sagen, okay LED mit dem Index 17, du sollst diese drei Farbwerte einstellen und dann macht die das. Also das ist sozusagen erstmal die Grundcodierung der Farben. Und jetzt ist natürlich nach wie vor die Frage, wie kann die LED diese Information erhalten? Und dazu kommen wir jetzt nochmal ganz kurz auf unser Smartphone hier zurück. Und den Wert, den ich jetzt hier gerade eingetragen habe, den hatten wir seinerzeit bei der Initialisierung erstmals kennengelernt. Das sind ja so Grundparameter, die ich bei der Initialisierung des LED und des Pixelobjektes brauche. Und der heißt hier Neo KHZ 800. Und das KHZ steht für Kilohertz und 800 ist dann halt 800 Kilohertz. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das hier mit 800 Kilohertz zu tun? Und da kommen wir wieder entsprechend auf unsere Präsentation zurück, beziehungsweise ich gehe nochmal ganz kurz hier jetzt auch auf mein Tablet. Denn das Schöne ist jetzt, oder was heißt das Schöne, der Punkt ist, wenn ich jetzt Daten übertragen möchte mit diesem Binärsystem, dann kann ich halt sagen, ich trage hier mal eine Spannung gegenüber der Zeit auf. Das soll jetzt mal der Spannungspegel einer Leitung sein. Und der kann dann halt hier den Wert 5 Volt haben und der kann hier den Wert 0 Volt haben. Oder allgemein sagt man dann auch High und Low. Es gibt nämlich auch andere Computer, bei denen ist es nicht 5 Volt, sondern 3,3 Volt oder andere Werte. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich teile mir das Ganze jetzt hier in entsprechende Zeitschritte ein. Und für jeden Zeitschritt kann ich jetzt ein solcher Zipfer übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt die Zahl 0, 1, 0, 1 übertrage, dann ist es halt so, am ersten ist es 0. Dann springt diese Spannung auf 5 Volt hoch. Das ist dann eine 1. Dann ist es wieder Low. Dann ist es 1. Dann kann man sagen, okay, es ist nochmal 1. Und dann ist es Low. Und jetzt kann ich halt im Endeffekt, wenn ich auf der anderen Seite dieser Leitung stehe, also auf der einen Seite drückt jemand den Taster, das heißt dann High. Oder er lässt den Taster los, dann ist es Low. Dann kann ich auf der anderen Seite anhand dieser High-Low-Übergänge sehen und sehe dann, okay, die erste Übertragung ist eine 0, dann kommt eine 1, dann kommt eine 0, dann kommen zwei Einsen, dann kommt wieder eine 0. Und so kann ich halt jetzt auch entsprechende Zahlen über eine Leitung übertragen. Das Problem ist allerdings jetzt hier, ich muss wissen, wie groß sind meine Zeitfenster dann. Und da kommt jetzt die entsprechende, da kommen die entsprechenden 800 Kilohertz dazu, denn was heißt Kilohertz? Das ist ja eine Frequenz und eine Frequenz heißt, wie oft tritt diese Periode pro Sekunde auf. Und 800 Kilohertz heißt einfach, alle oder 800.000 Mal pro Sekunde ist ein solches Zeitfenster. Das heißt, theoretisch kann ich mit 800 Kilohertz dann 800.000 Bit pro Sekunde übertragen. Und das bedeutet wiederum, wenn ich das jetzt umrechne, nämlich die 1 durch die Frequenz ist gerade unsere Periodendauer. Das heißt also, wie groß ist das einzelne Zeitfenster? Und wenn ich das jetzt hier ausrechne und sehe dann 1 durch 800.000, 1 durch eine Million ist eine Mikrosekunde, 1 durch 800.000 ist dann 1,25 Mikrosekunden. Das heißt, unser einzelnes Zeitfenster ist bei diesem Übertragungssystem zwischen Arduino und der LED-Matrix 1,25 Mikrosekunden lang, also 1,25 Millionstel Sekunden lang. Also erstmal eine ziemlich kurze Zeitspanne, aber für Computer eigentlich immer noch ein relativ gut handelbarer Wert. Allerdings ist es bei der LED-Matrix jetzt nicht ganz so einfach, wie wir uns das gerade überlegt haben. So funktioniert das normalerweise mit normalen Datenübertragungen bei einem PC. Allerdings müssen wir, also das hier ist jetzt sozusagen in unserem Fall 1,25 Mikrosekunden lang, muss man schauen, bleibt der Sender und der Empfänger auch im Takt. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Empfängerseite stehe und jemand anderer drückt halt da im Takt von 1, oder alle 1,25 Mikrosekunden Schalter und lässt wieder los, dann kann es ja halt auch passieren, dass hier mal mehrere gleiche Ziffern hintereinander kommen. Das heißt, da gibt es keinen Signalwechsel, sondern dann bleibt es auf einmal lange, zum Beispiel auf 5 Volt das Signal. Und da muss ich jetzt schauen, ja, sind das jetzt 2 Einsen oder 3 Einsen? Ich muss also im Endeffekt immer sehr exakt schauen, wann ist das Zeitfenster wieder abgelaufen? Und deshalb hat man normalerweise bei sowas noch einen zusätzlichen Taktlaufen, der einem immer wieder anzeigt, wann das Signal eigentlich umschalten sollte. Das haben wir natürlich jetzt bei einer Datenleitung nicht. Das heißt, die Leute, die sich diese LED haben einfallen lassen, die haben gesagt, okay, wir verzichten auf, das ist die sogenannte Clockleitung, die eigentlich sagt, wann ist mein Zeitfenster abgelaufen? Ich mache das nur über eine Leitung und dann wird es halt noch ein bisschen kniffliger. Und Sie merken schon, es wird heute doch sehr theoretisch, aber wir kommen da bestimmt auch jetzt irgendwie noch hin. Und die haben sich gesagt, das sehen wir jetzt hier, wir halten unser Zeitfenster von 1,25 Mikrosekunden ein. Aber wir unterteilen das nochmal in einen High- und Low-Teil. Ja, das ist jetzt ein bisschen kniffliger noch. Und die haben gesagt, wenn in diesem 1,25 Mikrosekunden langen Fenster es 0,4 Mikrosekunden High ist und 0,85 Mikrosekunden, ich hoffe, das kann man hier lesen, 0,85 Mikrosekunden Low ist, dann ist dieses Zeitfenster als Null zu interpretieren. Ist hingegen der High-Bereich doppelt so lang, sprich 0,8 Mikrosekunden und der Low-Bereich nur 0,45 Mikrosekunden lang, dann ist das entsprechend ein High-Signal, eine logische 1. Ich hoffe, das habe ich jetzt gerade richtig gesagt. Also nochmal, eine 0 ist 0,4 Mikrosekunden High, 0,85 Mikrosekunden Low. Eine 1 ist 0,8 Mikrosekunden High, 0,45 Mikrosekunden Low. Und wenn ich jetzt also eine längere Zahl übertragen möchte, und das ist jetzt gerade hier oben der rote Bereich 0,1,1,0,1,0, dann ist das hier unten diese High-Low-Folge, die ich hier habe. Jedes Fenster ist entsprechend 1,25 Mikrosekunden lang, aber der High-Bereich, der ist immer unterschiedlich lang. Aber es hat den Vorteil, der Empfänger weiß immer, wenn es von Low auf High geht, dass jetzt ein neues Bit kommt. Aber da muss man nur mal messen, ja, wie lange war es jetzt High? Okay, hier war es 0,8 Mikrosekunden High, dann war das jetzt eine 1. Hier ist es auch entsprechend 0,8 Mikrosekunden lang, dann war es auch eine 1. Hier ist es jetzt nur 0,4 Mikrosekunden lang, also ist das eine 0. Und so kann ich mir jetzt sozusagen den Takt, wann immer ein Fenster endet, und das Codieren von High und Low entsprechend in einen Signal packen. Und so macht das letztendlich auch genau die LED. Und das, finde ich, ist schon ein ziemlich ausgefuchstes Verfahren, das so hinzubekommen. Und jetzt kann ich aber auch sehen, halt wie lange braucht jetzt das Signal, um entsprechend übertragen zu werden. Und da habe ich hier mal die ganzen Rechnungen angestellt. Wenn ich jetzt also, und das kann man jetzt hier sehen, ich hoffe, man sieht auch die Maus, ich glaube, ja, die kann man sehen, wenn ich jetzt ein Byte habe, das aus 8 Bit besteht, dann sind das halt 8 1,25 Mikrosekunden lange Stücke. Das bedeutet, für ein Byte brauche ich dann 8 mal 1,25 Mikrosekunden, das sind 10 Mikrosekunden, die ich für einen Farbkanal brauche. Jetzt braucht aber ja jede LED die Information für drei Farbkanäle, R, G und B. Das heißt, ich brauche jetzt insgesamt 3 mal 10 Mikrosekunden. Das heißt also, das Signal für eine LED ist 30 Mikrosekunden lang. Und was wir jetzt gleich sehen werden, ist der Computer, jetzt kommt da unten noch meine Taskleiste zum Vorschein, der Computer schickt, oder der Arduino schickt jetzt praktisch 64 solcher Züge, die aus jeweils 3 mal 8 Bit bestehen, die aus jeweils 3 mal 1 Byte bestehen, einfach auf die Reise Richtung LED-Panel. Und damit weiß ich dann, ein solcher Zug, eine solche Aneinanderkettung von Infos, ja, die dauert dann entsprechend 64 mal 30 Mikrosekunden und das sind dann 1920 Mikrosekunden, also ungefähr 2 Millisekunden. Also in einem 2 Millisekunden langen Zug, wo jetzt jede kleinste Einheit 1,25 Mikrosekunden beträgt und dann der High-Bereich entweder 0,4 oder 0,8 Mikrosekunden lang ist, steckt jetzt die ganze Information hintereinander. Das ist vielleicht jetzt erstmal, da muss man erstmal ein bisschen sich jetzt so mit dran gewöhnen und damit beschäftigen, aber jetzt ist natürlich auch nochmal die nächste Frage, wie kann jetzt die LED das, oder wie können die einzelnen LEDs das entsprechend wieder zuordnen? Und da ist es so, dass die LEDs einfach alle hintereinander geschaltet sind und da gehe ich vielleicht nochmal ganz kurz auf die Deckenkamera, dann können wir nämlich hier unser System sehen. Wir sehen hier die LED 1 oder die hatte die Adresse 0, aber es ist sozusagen die erste LED, dann kommt die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte und jetzt ist hinter der achten, ist jetzt hier die nächste, das ist die Nummer 9, 10, 11, 12 und so weiter. Im Endeffekt ist es alles eine lange Reihe, die sind halt nur in 8er Packen untereinander gesetzt und solche LEDs kann man auch teilweise in einfach langen Streifen kaufen, aber hier ist es jetzt halt so, dass immer nach 8 Dingern, nach 8 LEDs, die in die nächste Zeile gepackt werden. Und so funktioniert das Ganze dann auch, nämlich ich habe jetzt hier, das habe ich jetzt nochmal auch symbolisiert, also ein so ein blaues Kästchen ist jetzt ein 30 Mikrosekunden langes Signal, das aus 3 Byte besteht. Da soll da sozusagen stehen, das sind jetzt die Werte R, G und B mit jeweils 8 Bit, also einem Byte. Für die erste LED, das sind die zweite, dritte, vierte und davon diesen Päckchen hätte ich jetzt praktisch 64 hintereinander und die hätten jetzt die Länge von entsprechend 2 oder 1920 Mikrosekunden. So, wenn es jetzt losgeht, und das ist der Punkt, das gucken wir uns gleich auch im Programm an. Diese Päckchen hier, die werden gepackt mit unserem Befehl Set Pixel Color. Wenn ich also sage Set Pixel Color 27, dann wird der 27. respektive 28. Zug, weil wir fangen ja eigentlich bei der 10 mit 0 an, aber ist jetzt egal, wird das der 28. Waggon gepackt mit den drei Farbwerten, aber das ist jetzt noch alles im Speicher meines Arduinos. Da gucken wir uns auch noch gleich kurz an. Der Arduino muss seinen RAM-Speicher dafür zur Verfügung stellen, das heißt, da stehen jetzt entsprechend auch 64 3 Byte lange Päckchen drin, also auch der Arduino muss dafür Speicher von 3x64 192 Byte in seinem RAM zur Verfügung stellen. Und das ist gar nicht so wenig, wenn wir bedenken, dass der Arduino ja gerade mal 2 Kilo Byte, also 2048 Byte Speicher hat, muss er da also schon ungefähr 10% seines Speichers nur für diesen Zug hier zur Verfügung stellen. Und jetzt wird halt mit dem Set Pixel Color, werden die entsprechenden Waggons mit Informationen gepackt und dann haben wir ja den Befehl und der ist halt wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt das Set Pixel Color mache, was ich ja hier in meinem Programm dann entsprechend mache, mit Index RGB, dann werden die gepackt, aber wichtig ist dann, dass nachher der Befehl Pixels Show ausgeführt wird, denn wenn ich Pixel Show ausführe, dann wird dieser Zug auf die Reise geschickt. Und das kann man jetzt hier ganz, ich versuche mal so darzustellen, dann fährt der Zug los. Und nach 30 Mikrosekunden ist das erste Päckchen einer ersten LED angekommen und denen greift sich die erste LED und sagt dann dem restlichen Zug, fahr durch, fahr weiter. Das heißt, dann kommt dieser Zug hier oben bei der zweiten LED an, die nimmt sich einfach das nächste Päckchen runter und schaltet dann wieder zu, denn sie hat jetzt die Daten bekommen in diesen 30 Mikrosekunden und der Zug fährt weiter und die LED, die dann an der Reihe ist, nimmt sich immer das erste Päckchen aus dem Zug raus, so bis nachher hier in dem Falle vier oder in der LED-Matrix, die wir hier auf dem Tisch haben, entsprechend dann alle 64 Pixel ihr Dreierpäckchen sich geholt haben, ihre 30 Mikrosekunden langen Signale angenommen haben. Und so kann das dann halt entsprechend verteilt werden. Und deshalb kann ich auch ganz gut mehrere LED-Matrizen hintereinander schalten, denn dann baut der Arduino einfach einen längeren Zug auf und dann, das hat man, ich weiß nicht, wie ich es gesagt hatte, an meinem LED-Matrix ist dann auch ein Ausgang dran mit nur drei Beinchen, an den kann ich jetzt die nächste Matrix anschließen. Und dann fährt der Zug einfach über diesen Anschluss zur nächsten Matrix und wird da wieder von der ersten LED genommen und der Zug fährt weiter, dann muss ich halt gucken, dass ich einen insgesamt 128-Päckchen langen Zug gepackt habe, der da dann entsprechend durchfährt. Ist der Zug kürzer, dann sind halt alle Waggons entnommen und die letzten Pixel werden nicht mehr angesprochen. Das funktioniert dann einfach nicht, beziehungsweise die sind dann halt nicht mehr ansteuerbar. Also das ist ein ziemlich, finde ich, ausgeklügeltes System, wenn ich dann nur mit einer Leitung auskomme, was natürlich der Punkt ist, die erste LED erreicht die Information sofort, die 64. LED erreicht die Information halt erst nach zwei Millisekunden, weil der Zug erst mal durch alle anderen LEDs durchfahren musste. Und das hatte ich auch beim letzten Video gesagt, für das gesamte Beschreiben einer einzelnen Seite dieser LED von 64 Pixeln brauche ich halt ungefähr zwei Millisekunden. Das ist aber trotzdem ziemlich fix, wenn da nur zwischen dem ersten und dem letzten zwei Millisekunden Unterschied bestehen. Das heißt, ich kann, wenn ich das jetzt eins durch zwei Millisekunden teile, ungefähr 500 Mal pro Sekunde das komplette LED-Panel beschreiben, ohne dass ich bitte bei den 800 Kilohertz da in Verzug komme. Es gibt noch einen kleinen Punkt, wenn einmal das LED-Panel voll geschrieben ist, dann braucht die Elektronik 300, ich muss gerade überlegen, 300 Mikrosekunden Zeit, bis es das nächste Mal geschrieben werden kann. Also ich erreiche da nicht ganz 500 Hertz, ich erreiche aber irgendwie sowas wie 400 Hertz, die damit möglich sind. Und das Letzte, was uns jetzt noch kurz überlegen müssen, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, aber das war ich jetzt nochmal zur Erinnerung. Ich muss also auch diesen Zug halt hier bereithalten, und das heißt, ich muss also im RAM-Speicher meines Arduinos, in meinem Falle oder mit der Matrix jetzt mit 64 Elementen, 64 mal 3 Byte an Speicher zur Verfügung halten. Das sind also hier in dem Falle 192 Byte. Die werden im Speicher aufgebaut und werden dann sozusagen bei Pixels Show losgefahren lassen. Und dann kann ich diesen RAM-Bereich jetzt wieder neu beschreiben für die nächste Darstellungsseite, die ich machen möchte. Und das macht halt der Befehl SetPixelColor. Und wenn ich jetzt nur SetPixelColor sage, ohne Pixels Show, dann fährt dieser Zug halt nie los und erreicht auch nie die LED. Gut, das sind vielleicht die Sachen, die wir uns merken sollten. Pro Pixel halt 30 Mikrosekunden, bei 64 Pixeln sind es dann halt ungefähr 2 Millisekunden, die das Ganze braucht. Ich brauche in dem Falle jetzt 64 mal 3 Byte Speicher im RAM, also 192 Byte. Habe ich zum Beispiel zwei LED-Matrizen, dann sind es schon zweimal 192. Also jetzt muss ich gerade mal schwer rechnen, 384 Byte, die ich da brauche. Und Sie sehen schon, zu große Arrays von Matrizen kann ich schon mit dem Arduino, mit seinen 2 Kilowattern, gar nicht mehr ansteuern. Ich habe auch im Internet schon auch Beiträge gefunden, wo dann gesagt wurde, ich möchte kein größeres Display aus mehreren LED-Matrizen aufbauen und da kommt ja gar nicht mehr der Speicher mit dem Arduino Uno aus. Dann muss man halt auf einen Arduino Mega ausweichen, der dann 8 Kilowatt Speicher hat oder auch auf entsprechend leistungsfähigere Mikrocontroller. Ja, ich hoffe, Sie sind noch irgendwie dabei geblieben, denn das war ja jetzt doch eher theoretisch, hat auch mit Smartphone eigentlich jetzt gar nichts mehr zu tun gehabt, aber ich habe es einfach für sinnvoll gehalten, da jetzt nochmal ein bisschen drauf einzugehen, weil ich möchte dann im nächsten Video nochmal kurz auf den Stromverbrauch schauen. Ja, wie viele LEDs können wir da einschalten? Wir haben ja auch schon gesehen, wenn wir jetzt sehr schnell hintereinander schalten, kriegen wir auch größere Flächen eingeschaltet, ohne dass der Stromverbrauch unbedingt hoch geht. Das wollen wir uns dann nochmal angucken. Das geht auch nochmal so ein bisschen in die theoretische Richtung, die vielleicht nicht ganz so praktisch fürs Programmieren ist, aber vielleicht interessiert das doch den einen oder anderen. Für mich ist es ganz wichtig und spannend, denn so habe ich jetzt das, was ich über den LED-Matrix rausgefunden habe, auch mal archiviert, denn typischerweise ist es auch so, wenn ich ja vielleicht jetzt mal ein halbes Jahr oder Jahr nicht mit arbeite, dann vergisst man das wieder. Früher musste ich in irgendwelchen Aufzeichnungen blättern. Jetzt gucke ich mir einfach nochmal mein eigenes YouTube-Video dann an und bin dann auch wieder auf dem neuesten Stand. Also sozusagen auch für mich ist es hilfreich, auch die Videos zu machen, um vielleicht meine eigenen Erkenntnisse dann auch entsprechend zu erhalten. In dem Sinne, wie gesagt, hoffentlich hat auch bis zu dem Punkt noch jemand das Video auch wirklich weitergeguckt. Falls es da noch Unterheiten gibt, schreiben Sie in die Kommentare oder melden Sie sich irgendwie bei mir. Da stehe ich auch gerne bereit, denn ich finde das eigentlich ganz spannend, weil das ist das Typische was, je tiefer man in was einsteigt, desto komplexer wird es auch, aber dann sieht man auch, wo irgendwo die besonderen Tricks und Kniffe dann auch in der Umsetzung liegen. Also in diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss.